Willkommen zurück zu Warhammer Webinar 2 mit dem guten Simon, einem Zwerg und ich weiß nicht was der Zwerg grad meint, ich hab den Mondfallbogen. Und genau, an sich können wir starten theoretisch. Ah, wir haben hier jetzt den Eisenbrecher. Ich bin ja auch so jemand der mal die Klassennamen miteinander vermischt. Sagt zu Dienerin Handmaiden das Englische, aber zu Eisenbrecher, Eisenbrecher. Eisenbrecher, Eisenbrecher. Genau. Oh wir haben Viktor dabei, vielleicht gibt er uns kritische Treffer wenn er boostet, das wär cool. So, müssen wir kurz auf den Zwerg warten, der wechselt glaub ich grad nochmal, oder nicht? Ah, da hat ein Flammenwerfer dabei. Na toll. Keine Sehner, trotzdem sehen wir nichts. Oh, es war richtig schlimm wo ich Sehner war, ich hab ganz netzer schwere Angriffe gemacht. Und ich hab den glaub ich gefühlt so extrem die Sicht versperrt. Hier, was ich erzählen wollte. Ich bin heute Morgen extra früh aufgewacht. Ich hab ja Spätschicht heute, fang erst so kurz vor zehn an. Und hab Homeoffice und ich so, ja geil ich stehe um kurz vor neun auf, geh mir schnell Brötchen kaufen und kauf mir jetzt noch schnell Margarine und ein paar Flaschen Sprudelwasser und so. Und dann geh ich so in den Markt, so la la la, hier beim Bäcker die Brötchen. Mh, lecker, schön weich. Und dann will ich so im Rewe ganz normal einkaufen. Ich geh da so an, geh dann so durch, so ach das brauch ich noch, das brauch ich noch. Weiß ich nehm so alles mögliche mit, was ich brauche. Und an der Kasse warte ich zehn Minuten. Und ich so, ach Gott, das dauert ja heute echt lange. Dann komm ich so zur Kasse, will so zahlen und die so, ja ähm, unser Kartenzeigerät geht nicht. Und ich so, ja, nicht so schlimm, ich kann nur einfach eine andere Kasse. Ähm, nein, das ist die ganze Fiale ist davon betroffen. Und ich so, ja, mh, schön, gut. Ich lass den Einkauf mal hier. Wir tun die, gut halt die Kassiererin jetzt voll leid, weil ich halt alles quasi da gelassen hab. Aber was sollte ich machen? Ach, glaub mir, das passiert. Und es ist egal. Ja, ist trotzdem nicht so schön. Ah, ich glaub wir haben Horn Plus, oder? Es sind so viele. Von hinten hier noch. Und ich glaub ich höre irgendwo ein Assassinen. Ah ja, hier. Jetzt hast du mir voll in den Stich gesprochen. Aua. Ich bin hinter dir, Achtung, ja. Rücken zur Wand, wenn's... Geht. Ach nee, mach du. Genau, ich mach. So, hier eine Bombe schenke ich dir. Danke. Die hätte ich mir auch so genommen, wenn du sie nicht genommen hättest. Erst markieren, dann nehmen. Wir kennen den Trick. Ja. Das ist Team Blade. Ich brauch ja gar keine Munition mehr so mehr. Ja, ich empfehle dir auf jeden Fall mal den Huntsman dann auszuprobieren. Wenn wir mal wieder schnelles Spiel spielen. Wie gesagt, ich wollte alles mal durchspielen einfach. Okay. Du schaffst's da oben mit dem Zwerg. Ich geh mit Viktor. Ja, lock. So. Oh mein Gott. Hier. Ich hatte grad, ähm, Überraschungspatrouille. Aua. Zwerg hat alles angezündet hier. Boah, die hat mir volles Leben abgezogen. Guck mal, ich war grad eben voll gewesen. Alter, Viktor ist aber genau wie ich, äh. Hier geht auch eine Stelle. Nee, nee. Alles gut. Viktor kann da nichts dagegen. Die Patrouille ist einfach direkt vor uns gespawnt. Weißt du, ich lauf da so, la la la. Und auf einmal vor uns, zwölf Stück auf einen Platz. Weil das... Du musst dir unbedingt mal... Du musst dir unbedingt mal eine Aufnahme ansehen. Welche? Bei mir. Ich... Ich geb dir das dann mit dem... Mit dem Timestamp. Schick ich's dir dann. Mhm. Ich hab mir erst mal die Aufnahme angezeigt von Samstag. Angeschaut heute. Garden War, meinste? Ja, genau. Und mich so kaputt gelacht. Nee. War das Garden War? Bei, ähm, gerechtes Gefecht oder was meinst du denn war das? Äh, das was ich dir geschickt hatte. Das müsste Garden War gewesen sein. Boah, ich hatte gestern gespielt... Wo ich so richtig motiviert klang. Ich hatte gestern Chaos Race gespielt. Und irgendwie sechs Assassinen oder so hatten wir auf einmal gehabt. Ich hab irgendwo lang geguckt, ich sah da vier Assassinen und zwei kamen noch dazu. Und ich... Ich hatte gestern echt richtig Angst gehabt. Aber warum hast du denn da so gelackt? Weil ich einfach voll... Voll müde klang. So gefühlt voll am Arsch war. Oh, hier wöchentliches Event folge... Was weiß ich... Ich glaub 51, 52 oder so. Ich war die Motivation in Person. Die Folge kommt ja erst noch aus. Aber ich fang da so an, wöchentliches Event. Gegner teilen, sie stehen noch mächtige Gegner rum. Und ich so... Oh toll. Wahrscheinlich wird das wieder kurz vom Ende nichts. Und ich bin halt gar nicht motiviert reingegangen. Aber Mission ging dann echt gut. Hat dann auch... War auch richtig cool dann gegen... Gegens Ende. Ja. Ach shit. Ach so. Ich wollte schon sagen, die ist doch eigentlich da. So. Oh. Aber wir machen das hier ganz gut durch. Durch die Mission Fahrt. Bei der... ...Sports-Folge, die heute kam. Ja. Ähm. Da musste ich husten. Auf der Autobahn... Also ich bin auf der Autobahn gefahren und musste husten. Und das klang so... Ja. Aber weil ich husten musste. Und das so lustig klang. Also es klang ein bisschen, als würde ich gerade kotzen. Was? Ich hab dich... ... beim Schneiden dermaßen weggehämmert. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich hab's natürlich rausgeschnitten, aber trotzdem. Oh, ich hatte... Ich hab mich doch beschwert, weil ich immer wieder so einen Knacksel in der Aufnahme habe. Ja. Ist ein Windows-Fehler. Ist einfach vom Media Player oder so. Richtig schön, nicht wahr? Oh, du hast... Cool. Dir fehlt die Heilung, gell? Ich hab keine Heilung, ne? Jetzt schon. Ich hab dir gerade so... ...gegeben. Hier ist der Schrein, ne? Nur mal so. Ja, ja. Mach nur. Ich mach... Und... Ja, normaler. Ich hab' das Leben abziehen. Ah, ist schon weg. Krass, das ging schnell. Pass auf, die Axt dauert von oben gleich. Mhm. Er ist erstmal tot. Soviel dazu. Oh ja, es gibt sogar was Gutes. So, hier hätten wir noch Lebensrauben. Ja, ich... Ich kaufe mir beim nächsten Schrein was. In der nächsten Mission. So. Hier, ich bin aber echt mal gespannt, ob Chaos Waste an sich nochmal eine Content-Erweiterung bekommt, weil... Angekündigt haben die ja was. Oh, guck mal, wir sind wieder in der Arena hier. Da unten liegt sogar Heilung. Hier war ich schon lange nicht mehr drin. Genau, in diesen kaputten Schubkarren sind die Fässer. Schön da durchgeboostert. Und... Nein! Mist-Depp, nicht wahr? Mist-Depp, nicht wahr? Hm. So... Gleich könnte noch ein Monster kommen. Ich stelle mich gerade auf einmal nicht so gut an. Ich bringe mich noch mal ab. Ja, klasse. Sag ich ja. Muss kurz das Platz hier reinwerfen. Ich hole dich. Ich hole dich. Oh, hier hinten liegt nochmal Heilung. Ich muss auch die Fahrtschleicherin wieder spielen. Bald. Es wird wahrscheinlich Uwe. Ich bin ja schon gar nicht mehr gewöhnt. Aber es sind auf jeden Fall mehr Spezialeinheiten da. Fühlt sich zumindest nicht so an. Und ich habe hier echt Angst auf der Brücke runterzufallen, wenn ich ausweiche. Ich gucke nach hinten. Nein, kein Ass ist nur da. Was ist eigentlich mit dem Assassinen passiert, der sich gerade eben angekündigt hat? Hat er uns noch nicht gefunden oder ist der irgendwo runtergesprungen? Weißt du das? Ich habe keine Ahnung. Hm. Oh, hier gibt es eine Tarnung. Ist besser als Ausweichen, finde ich. So, hier ist noch mal eine Zone. Ich fände es lustig, wenn wir so Sachen spielen wie Dukals Ritter. Ich Handmaiden. Dann noch eine Sienna. Dann noch eine Sienna und noch den Slayer. Weißt du? Keiner braucht Munition. Ja, für Slayer muss ich mir echt mal was zusammenbauen. Eigentlich für alle. Ich habe dann umgespielt beim Slayer. Aber was gemacht nicht wirklich. Slayer hat halt diesen coolen Vorteil. Und wenn du zwei schwere Waffen nimmst, also zwei zweihändige Waffen, dann kriegst du... Aber wie heißt das denn? Wie heißt das denn? Dann kriegst du 15% Kraft und wenn du zwei Einheit Waffen nimmst, also zum Beispiel zweimal Äxte und einmal Hammer oder so. Genau, dann 10% Anklubstgeschwindigkeit. Das ist schon übel. Und ganz unten ist das ganz linke ziemlich gut, finde ich. Wenn du deinen Super einsetzt, dann wirst du die Gegner um dich herum zur Seite. Plus 100%. Wanken. Wanken ist ja das, wenn jemand schubst. Das bin ich hier noch nicht. Ja, ich muss auch mal die Schwester der Dorn und so spielen, aber ich weiß nicht. Und ich finde es gut, dass sie den Bug hier bei mir bis heute nicht gelöst haben. Dass erst hell wird und dann dunkel bei dem Map hier. Hey! Heilung! Ah, okay. Ich komm ja gleich weiter. Wir sitzen hier gerade alle auf der Kiste und springen. So. Okay, ich hab den Trank. Ich schalte mal kurz. So viel dazu. So, da unten werden Münzen. Ah, das bist du. Ah, perfekt. Die gehen da lang. Dann falle ich nicht mehr ganz runter. Bist mir hinterher gesprungen, oder? Ja, natürlich. Ich hab grad so noch gesehen. Ah, das ist vielleicht auch nicht so gut, hier ganz runter zu springen. Ich hab grad so noch die Ecke bekommen. Den hier nehm ich mit. Vielleicht gibt's sogar was Gutes. Oh, 40% Bewegungsgeschwindigkeit. Explosionsradius. Okay, 1-2. Explosionsradius ist auch gut. So oft wie ich Granaten lanze. Also, bumm. Für den Zwerg ist das ein ziemlich golden. Pass auf einem Surprise-Patrouillen auf, die direkt vor dir spawnen, die einen überschlagen wollen. Würde mich nicht wundern, wenn das Volk nochmal vorkommt. Krillian, the inscrutable. Whose silence is fools, who ask too many questions. Halten wehen? Bob, over here! Oh, meine Arme juckt. Riese Probleme, nicht wahr? Ja. Hm. Gern nicht. Hört so gut. Leidsberg, ich wollte da mal nicht hoch. Aua! Ich dachte, das wär Viktor. Jaja. Der böse Viktor. Winko kommt auf jeden Fall ne Patrouille an. Jetzt kommt schnell die Leiter hier hoch. Dann können wir dir gut entgehen. Genau. Wir müssen einmal komplett langlaufen, gell? Jetzt nimm schnell die Sachen hier. Wo müssen wir langlaufen? Wir müssen Patrouille aus meinem Weg holen. Ich hab's gerade so nach hinten fallen gesehen. Oh. Ich denke, wir bräuchten den Rockfire drüber. Denk dran, einem auch Gegner zu markieren. Weil dann machen wir denen mehr Schaden. Ich versuch's immer wieder. Zumindest durch Viktor. Ich nehme mal deinen Frank mit. Bitte schön. Ich muss aber sagen, wo du gerade gestorben bist, das sah lustig aus. Wie du so nach hinten fällst. Gefühlt war das eine Zeitlupe. So, wieder zu. Aber dieser Mondfeuerburg. Nur bei einem Kopfschuss fliegt einem dein Pfeil durch. Na dann mache ich bei meinen Mitspielern ja immer Kopfschüsse. Ja, ich glaube, die sind ausgeschlossen dadurch. Wenn du's ausprobierst, dann bitte nicht bei mir. Naja, hab ich auch nicht vor. Ich hab immer gehasst, wenn ich den bekommen hab, dass Pfeile abprallen. Bei random schreien bei der Fahrtschleicherin. Okay. Aber das Gute ist, der Schrein ist auf jeden Fall noch nicht verloren. Du kannst den auch bekommen. So, willkommen zurück. Danke schön. Wir lassen heute immer so lange, im Gegensatz zu Wiederbelebnis. Ja, bei dir vielleicht. Ja, ja. Ich hab ja Wiederbelebnisgeschwindigkeit, standardmäßig. Ich weiß. Wer hat eigentlich die ganze Zeit Hilfe gerufen? Waren? Patronia? Hilfe, Hilfe, Hilfe? Okay. Ich muss unbedingt mal mehr auf den Chat gucken auch. Aber ich glaube, seine T-Taste hängt grad irgendwie fest. Warum? Du brauchst black powder. Warum? Okay, ich schreib grad ganze Zeit Ja. So, ich hätt gern das Fass. Ich hätt gern das Fass, Leute. Ich hätt gern das Fass, Leute. Ich hätt gern das Fass, Leute. Der ist mir grad echt schön reingesprungen. Der ist mir grad echt schön reingesprungen. Wie viele waren das? Zwei oder drei? Zwei, oder? Ich... Ich... Also ich hatte auf jeden Fall einen. Dann hab ich gesehen, dass du eingekillt hast. Genau. Waren hab ich einen runtergeschossen. Mir hast du auch einen runtergeschossen, oder? Möglich. Hab beim ersten Schuss auf jeden Fall nicht getroffen. So. Ah ja, ich fahr doch irgendwo hier. Ja. Kann er noch leben? Oh, ich bin grad komplett verwirrt. Ich bin grad, ähm, zu dämlich, ähm, die Feuerratten zu klappen. Okay, ich darf auf jeden Fall auf das Schloss, äh, auf das Ding verzichten. Na, wie heißt das? Was denn? Auf das Schild. Ach, du meinst, ähm, auf welches Schild? Meinst du dein Nahkampfschild, oder wie? Mein Schild, ja. Ich glaub, ich stirb. Nee. Noch nicht. Ich bring mir das nicht an. Ich bin grau. Und... am Arsch. Tut mir leid, ich muss trinken. Ah, ich bin heute aber auch noch nicht, ähm, super drin in der Runde, muss ich ehrlich sagen. Das Problem ist noch, ich hab Viktor die potenzielle Eilung grad weggesachen. Aber das Gute ist, du kriegst auf jeden Fall den Schrein, weil der jetzt am Ende spawnt. Zumindest denk ich das. Zumindest denk ich das. Du liegst da unten. Da ist die Truhe. Wir holen dich zuerst. Mir ist ne Beuterate. Genau. Oh, wenn wir dich holen, kriegen wir die Truhe glaub ich nicht mehr. Ich geh zurück. Das war einem Zwerg schonmal egal. Ja. Das wird jetzt besonders. Das Brück kommt ja nicht, oder? Ne, Zwerg hat's grad probiert. Okay. Ich laufe immer hinterher, vielleicht hat er eine Idee. Genau, ihr könnt gehen, wir werden hier sterben wahrscheinlich. Alles gut. Lament. Ah, das ist nicht so gut. Das heißt, er darf mich nur nicht treffen. Ich glaube ich sterbe. Noch nicht. Ich halb mich mal kurz äh. Aber? Alright. Ich weiß jetzt was lehm gemeint ist. Gott was mach ich hier für ne Scheiße ey. Schrecklich. Okay, ihr könnt gehen. Ich hätte das noch ausspielen können, aber das hab ich dann doch nicht mehr geschafft, leider. Ah, jetzt geht die Truhe auf, wenn ich tot bin. Nice. Lauf weiter, ihr könnt nichts mehr machen hier. Mhm. Ah, ich hätte... Ich hab diesen einen Schlag nicht abgewartet von oben. Zumindest nicht richtig und nicht gut. Hätte richtig schön werden können, aber... War's auch nicht. Ich hab grad eben aber irgendwas... ...was richtig dummes gemacht. Ich hab meinen, ähm... ...Bogen angespannt mit... ...m gezogenem Bogen durch den Chaos... Äh, warte, nur da reingehen. Ja, einfach rein. Ich bin mit dem... ... ähm... ...gezogenen Bogen da durch den Dings ge... ...geflogen durch den Chaos-Spawn. Das war... ...sehr... ...sag cool aus, aber... ...war nicht so gut. Hat zum Glück im Moment geklappt, aber... Oben ist Moni und unten ist... ...sonst was. Was ist denn da hinten? Ausdauer? Hm, ja. Mehr Monster oben, das ist doch ganz gut, nicht wahr? Ey, warte, dann müssen wir doch noch ganz oben. Ja, ja, da oben. Wenn ihr Pilgrim's Coins habt... ...ist das vielleicht ein guter Zeit, sie auf einem Bogen zu spenden... ...eller vielleicht ein Miracle, um allen zu benötigen. Ich will nicht so viel... Ihr beide habt eure eigenen Coins... ... und spendet euch nicht so viel. Der Schaden verringert... So... ...Ankursgeschwindigkeit... ...das hört sich gut an, ja. Das Level ist noch normal... ...im nächsten können, glaube ich... ...können wir, glaube ich, rote Gegenstände bekommen. Theoretisch. Ah, ich muss sagen, bei der Map... ...ich mag die Arena am Ende, richtig. Ey, Arena. Yay, Schmerz. Oder wie? Ja, ja. Ja, ja, ihr müsst mich retten. Aber ich lieg irgendwo... Ja, ich lieg nach dem ersten Drop unten. Immer wieder, wenn wir hier starten... ...erinnere ich mich an diesen Slayer, der... ...da einfach in den Abgrund gesprungen ist am Start. Oh, ein Segen. Und was Schönes bekommen? Da wäre noch ein Heilungstrank hinter dir... ...in dem Fass. Kannst du vielleicht markieren für Victor. Ja... Kannst... Kannst du dann trinken und nehmen, wie du möchtest. Victor geht jetzt gerade gefühlt nicht mehr zurück. Was ich jetzt andersrum machen soll. Ich glaube, ich habe was Schlechtes bekommen, weil ich habe graue Gesundheit. Naja, du hast... Ja, es ist nicht schlecht. Du regenerierst halt nur ein Leben. Äh, ich glaube fünf Leben. Oder irgendwie so. Da hätten wir noch kein Chaos Warrior, wo der Zweck gerade hingeht. Vielleicht willst du dem... Wer kriegt das hin? Zwei Chaos Warrior. Ich habe nur einen erwischt. Denk dran, ähm... Den Trick habe ich auch gesehen. Wenn du deine Push-Attack machst auf den Chaos Warrior... Dann kommt der von oben und dann kannst du direkt eine Schwere drauf machen. Und dann kommt das wieder direkt von oben, das Schwert. Aber guck, gut, dass du mit dem Zwerg gegangen bist. Ja. Victor hat auch zwei Chaos Warrior hier. So, die mache ich dann mal. Okay, soviel dazu. Dankeschön. Wir müssen... Wir sollten ein bisschen zurück, weil hier irgendwo ein Dings kommt. Beim... Sonst... Was ist ein Monster? Wirklich so eine Kante. Ich will den dann runterschaffen. Da ist... Ja, da hinten ist der. Ja. Ja. Der ist scharf auf dich. Ja, ich habe es gemerkt. Geh weg weg. Geh weg weg. Ich hole Victor. Achtung, da sind noch zwei. Ich fand gerade nicht markieren. Du hast dich geheilt? Ich habe mich geheilt. Okay. Aber jetzt wird es nochmal übel. Ach, das war noch gar nicht die Prüfung. Nee, nee. Ich bin extra nochmal zur Ruhe gegangen. Der kann sich teleportieren. Pass auf. Und mächtig ist glaube ich, hat deutlich mehr Schaden. Ja. Ein Schlag. Ich bin weg. Direkt weg. Achtung. Der mag mich jetzt. Achtung. Ja, ich bin auch weg. Ich bin hinter der verdammten Truhe gewesen. Komm Johnny, krieg den. Jawoll. Achtung. Scheiß. Ist ja wieder typisch. Naja. Wir sind gerade. Wieder auf dem. Super. Super. Skill. So. Ich hoff. Ich bleib extra weit zurück, dass du vielleicht ähm. Genau. Hier unten irgendwo spawnst. Ja, ich find schon irgendwie Heilung. Passt. Ja, komm. Jetzt kriegst du Blitze. Hoffentlich. Ich hab noch nie Blitze bekommen. Ja. Die Blitze sehen aus wie Blitze. Haha. Ja, der Live-Blitzschatten ist auch ganz besonders. So. Dann die Bombe. Ich geh oft hier lang. Für den Nervenkitzel. Wenigstens kann ich gleich da noch bringen. auch. Pumpnail in der Arena mal wieder machen. Ich muss noch welche erstellen für die Alten. Ja, du hast einfach nur... Also für die, die... Du hast einfach nur so normale Schrift draufgepeppt. Ja. Und das Logo. Ja, das Logo ist alles, was zählt. Sind wir mal ehrlich. Ist okay. Wir... Die beiden gehen da runter. Und ich geh dann... Okay. Ich hatte meine Maustaste fest. Genau. Lass... Geh du mit Victor mit. Ich guck hier unten. Autsch. So, irgendwo ist ein Assassiner. Ich bin alleine. Das reißt. Der mag wahrscheinlich nicht ganz besonders gerne. Oder auch nicht. Ich fühl mich ein bisschen... Ich fühl mich hier... Bisschen... Ich fühl mich hier... Bisschen... Echt? Oh Gott, und ich bin hier unten. Sag... Bloß kein Ruhe. Ich... Ja, hätt ich trotzdem gerne noch für den Bogen mitgenommen. Vielleicht komm ich hier hoch, aber... Ich glaub nicht. Oh nö. Ich live auf No Return. Wo ich... Vorhin Vermittide gestartet hab. Mit nem Slayer auch ein bisschen... Überlegt hab. Ob ich den mal spielen soll. Da... Hab ich ja... Erst bemerkt, dass das Halloween Event ja jetzt vorbei ist. Und ich wollt mir unbedingt noch Castle Drakkenfeld hier... Der Enchanter machen. Aber... Zu spät. Mich dründet jedes Mal der Ding uns an. Du bist ziemlich weit in... Der Zwerg wartet aber auf dich. Ja, aber ihr lauft falsch. Achso. Ich bin Victor hinterher gelaufen. Ich hielt's für ne gute Idee. Ach gut. Aber man weiß ja. Ich hab ja keine Ahnung. Ich mach dir doch nichts vor. Von daher. Ich bin ja auch... Das erste Mal auf Maps bin ich ja auch total verwirrt. Aber mit der Zeit... Wo ich aber auch sagen muss, das erste Mal auf Maps ist halt immer das Schönste. Man hat noch nichts gesehen. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass das das erste Mal wär für mich. Ja. Keine Sorge. Ich glaube. In Darktide ändert sich das dann. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde das Licht ein bisschen vermissen. Dass hier mehr oder weniger an die Sonne scheint. Naja, wer weiß, was es für Maps gibt. Stimmt auch. Ich fand bei ähm... Ja, wie hieß das? Ähm... Das war... Das war... Fand ich ziemlich cool. Dass da noch was ist. Sonst hat man ja immer nur das Dunkle gesehen. Okay... Okay... Hast du meinen Tipp eigentlich, ähm, mal angenommen? Wegen dem anders schlagen? Nein. Also was meinst du? Ich muss meinen... Ähm, bei den... Bei den großen. Da ist es gut, wenn du den... Push und dann die Attacke machst, dass die von oben kommt. Und dann einen schweren Angriff machst. Also den aufgeladenen. Und dann wieder einen leichten. Und dann wieder einen aufgeladenen, dann wieder einen leichten. Okay. Leicht... Aufgeladen. Leicht... Aufgeladen. Genau, weil dann machst du immer nur von oben quasi. Ich probier's mal aus. Oder versuch's auszuprobieren. Genau, das ist bei großen. Oder versuch's auszuprobieren. Genau, das ist bei großen gut. Und bei einem kleinen ist es gut. Einmal schwer, dann den zweiten schweren. Und dann... Nach dem zweiten schweren leicht. Und dann wieder einen schweren. Leicht. Wieder einen schweren. Und immer so weiter. Das ist sehr gut gegen Horden. Ah, da muss die mit ähm... Mit dem Bein dann arbeiten. Um Schaden auszuweichen. Ja, das ist ja gar nicht mein Problem. Schaden auszuweichen. Schadenbombe. Autsch. Ja, Schaden ausweichen sollte ich auch mal ein bisschen mehr. Ich glaub der Zweig verzweifelt grad an mir. Ich laufe ihn nämlich ständig ins Feuer. Ach, was? Ach, was? Ach, schade. Fast. Ups, du setzt Werk. Ey, ich freu mich schon ein bisschen auf die Fahrtschleicherin. Ich mach dann wieder den Mondfeuerbogen und den normalen... Normalen... Und den, ähm... Amor-Piercing-Ultra. Warum schreibt der Zwerg eigentlich die ganze Zeit, ähm... Ja, nein, ja, nein. Vielleicht redet er mit Victor. Oder Victor redet. Möglich? Ich hab Sprachschritt extra ausgemacht, damit, ähm... Einer... Eben. Deshalb hören wir's beide nicht. Oh, nett. Ich hab meine Karriere-Fähigkeit bekommen. Ich hasse Plague-Rocks. Und ich schau die ganze Zeit nur daneben. Oh, und tschüss. Ich glaube, wir haben die Wark-Fahr durch. Ja. So, vielleicht hab ich ein bisschen mehr Leben. Ich hasse die Viecher. Ja, einfach versuchen, nach hinten auszuweichen. Ja, hinter mir war nichts mehr. Also, das wär ne schlechte Idee gewesen. In dem Fall. Naja, vielleicht kriegst du weniger Schaden, wenn du nach hinten ausweichst. In dem Fall. Ja, aber wenn ich hinten runterfalle, ist das keine gute Idee, glaub ich immer. Ach, was? Was? Ich bin auch runtergefallen. Ich wurde vom Warp-Fire grad eben runtergerückt. Das war auch nicht so geil. Ich hatte auch nur noch so gefühlt fünf Lebenspunkte oder so. Ich hatte schon... Ja, genau. Ich weiß. Ich hatte schon lang nicht mehr, dass ich alle Nahkampf-Angriffe blocke. Die war noch ne Bombe. Ah, ich hab ja gar keine. Irgendwo ist ne Patrouille. Echt? Ich hör gar nichts. Ich hab grad irgendwas gehört, glaub ich. Die war noch mal Tarnung. Ist mir jetzt egal. Eben hatte ich gar nichts, jetzt hab ich alles. Och nee, nicht schon wieder. Du weißt jetzt, was für ne Map. Ja. Ja. Ah. Bäumtrop die Plague Monks. Nicht wahr? Mhm. Der Wahnsinn. Ich find die Berserker einfacher. Auf... Die haben nicht so ne hohe Reichweite wie die Plague Monks. Zumindest... Denk ich das. Ja. Ja. Berserker kriegen mich auch nicht ganz so oft down. Ja, die Plague Monks sind halt so wild. Ja und gefühlt schlagen die nicht und dann schlagen sie doch. Also das ist irgendwie... Ich staggert hier alle ein wenig. Krass. Ganz gut. Oh, was ist denn das hier? Es ist total schwarz bei mir. Ach so, hier ist irgendwie... Der... Ja, der große Stein, der in der Luft schwebt, in der Mitte ist im Weg. Ja. Davon sollte ich vielleicht, ähm... Ein... Foto machen. Hm. Vielleicht danach. Und guck, siehst du das Feuer da vorne? Das meinte ich letztes Mal mit, ähm, Feuer. Wo wir dann nicht weitergehen können. Und in der Zitadelle ist das nicht, ähm, vor uns, sondern hinter uns. Dann können wir nicht mehr zurückgehen. So war das. Da hab ich mich noch letztes Mal falsch ausgedrückt. Ach, das ist Feuer. Ja, genau, so eine Feuerwand. Bei Monstern kommt ihr auch. In einem normalen Spiel, wenn du... Okay. ... gegen Monster kämpfst und dann versuchst, ähm, weiterzulaufen oder so. Ah, genau, ich kann mal zu tun. Ja, das war ja die Folge, die heute kam. Wo ich nicht wusste, dass die heute kommen soll. Und die ich nicht so gelernt hatte. Ja, gut. Ich hab dir auch nicht unbedingt gesagt, dass die heute kommt. Ja, bei dir hab ich eh den Überweg verloren. Was du so... Alles hast du fast nicht. Aber du hast ja gar nichts mehr aufgenommen gehabt. Also du hattest ja... Hast du nichts mehr im Petto gehabt? Hm. Ich hatte nichts mehr im Petto gehabt aus der Folge. Deswegen wollte ich auch unbedingt. So. Am Wochenende. Ja krass. Ja. Ja krass. Ja krass. Ja krass. Jetzt kommen noch die Playbooks oder gleich. Ja krass. 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 Und der ist seitlich durchtrennt worden. Ja ja ich weiß. Manchmal ist es ganz besonders. So. Ah du machst hier dein Foto. Warum denn nicht? Das doofe ist es ploppt halt auf. Bei Steam meinst du wegen Overlay? Nein. Ich weiss nicht. Ich mache nicht über Steam die Fotos. Sei über. In Video. Ah. Ja bei mir ploppt das Foto auch immer mal kurz auf. Aber ich finde das ist jetzt nichts Schlimmes. Ich habe sogar das Steam Geräusch da noch drin. Ja das habe ich gehört. Bei dir. Jetzt hast du es bei mir gehört, echt? Ja, bei den Folgen. Ach so. Ich dachte jetzt so, hey, du hast es jetzt gehört, was ist denn da falsch gelaufen? Aber ich habe bei Forza, ist mir aufgefallen, noch die Xbox-Erfolge an. Das heißt, ich kriege jedes Mal dieses Xbox-Bing, aber du hast keine Einblendung mehr oder so. Und da ich das komplette Overlay inzwischen deaktiviert habe, weil es mich nervt. Ja gut, am Anfang kriegst du ja auch immer so viel. Da sind jetzt Sachen wie, drücke W, um vorwärts zu fahren, nach dem Motto. Ja, nee, ich habe ja mit Campeg gespielt, aber trotzdem. Das ist, ja, speziell. Genau. Ich hoffe mal, dass es jetzt zwei Waffenschreine gibt auf der Map. Aber du hast so eine Fähigkeitsleiste, ne? Also Fähigkeitspunkte, logischerweise. Driften oder so, es gibt 100 Dinger am Anfang. Auf jeden Fall steigt das immer mit der Zeit. So, das kannst du kombinieren. Fähigkeitsketten sozusagen erstellen. Und ich habe eine Fähigkeitskette von einer Million geschafft, aber verloren. Also ich bin dann irgendwo gegen gefahren und dann wird das vielleicht... Ach, du meinst so Stunts-mäßig oder sauberes Fahren, da kriegst du Punkte. Genau. Und das kannst du verbinden und dann kriegst du Punkte. Also verbinden die sich und das steigert sich. Und ich habe eine Million verloren. Ich bin dafür eine halbe Stunde durch die Gegend gefahren, gefühlt. Es tut mir leid für dich. Ja, aber ich habe dafür einen Erfolg bekommen. Dass du die verloren hast. Ja, einem Verlierer ein Fähigkeitskette von über einer Million. Aua. Warum musst du hier jetzt Kasse? Das sind die Gegner, die so leuchten, die hier. Da ist zum Beispiel wieder einer. Wieso habe ich den nicht erwischt? Aua. Nein! Er hat mich runtergeschubst. Ich kann dich gar nicht holen, weil viele Gegner hier sind. Ich wollte ihn schnellen. So, ich wollte Victor. So. Hat der Heilung? Ja, der hat sich gerade gehalten. Oh, guck mal, was rot ist. Nom, nom, nom. Gib mir her. Ich bin voll die Maschine. Ich kriege jetzt... Ja, ich habe fünf. Das ist cool. Ich kriege jetzt jeden. Ich habe fünf Dinger. Ja, ich rede durcheinander. Sag du, du kriegst fünf. Ich habe sechs. Sechs Dinger. Äh, sechs Schilder. Nice. Ja, ich habe auch irgendwie fünfeinhalb oder so. Muss mal gleich nachzählen. Nein! Ich bin verwirrt. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Aber eine Bombe auf den Spawn zu werfen wäre ganz gut. Wo ist denn der Spawn? Ach, da oben. Ich habe auch noch irgendjemanden getroffen. Mich. Wen sonst. Ja, ja, ich höre es. Ich höre dich meckern. So, ich mache das, was die Monster so gerne machen. Durch Wände schlagen. Aber ich wurde geheilt. Irgendwie. Ja, ich habe einen Trank getrunken. Ah. Der, wenn ich Gegner töte Leute heilt. Ich weiß nicht, ob der so lange gehalten hat, aber... Aber der hat mich instant geheilt gefühlt. Sicher, dass du nicht geheilt wurdest? Nein, aber ich wüsste nicht, wer mich geheilt haben soll. Das hat ja jeder noch seinen Halt dran. Zum Glück zieht das nur drei Schilde aus. Ab. Hier stehen irgendwie extrem viele Chaos-Frau-Währungen. Kann sein, dass das die Map ist. Ja, bei den Map-Eye-Chap wird es wahrscheinlich da. Ja, ja, wahrscheinlich steht es da. Ich dachte gerade, es wäre der Zwerg, aber es war dann auch nur eine Ratte. Hier war das Tab, ne? Genau, da müsste er dann stehen. Ne, Minus-Elite-Gegner. Plus umherstreifender Gegner. Ja, umherstreifender wahrscheinlich. Ich kann hier durchgehen. Hier ist nochmal Heilung oben. Bitte? Achso, ist ja dumm bei mir. Egal. Jetzt hat sich keiner beschwert. Ich krieg sieben Gesundheit wieder, wenn ich, ähm, einen kritischen Treffer mache. Ich war gerade eben bei der Hälfte, ich bin wieder voll. Also, das ist schon ziemlich stark gewesen. Was ich ja aus dem Brandon Schreien bekommen habe. Ich hab den, ähm, Huhn gefunden. Hier ist Frank für dich. Ja. Ich will anmerken, ich hab den mit Gruber bekommen. Ähm, den Assasin, was? Nein, den. Lightstormer. Nice. Soll ich starten? Ja, ja, mach nur. Berg macht schon. Oh, 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 aufpassen. Der macht jetzt, ähm, mehr Monster, genau. Ich bleib hier oben, meine Lieben. Wir haben den Ingran verloren. Müsste Dingens sein. Victor. Okay. Komm, wir sind nicht dran. Ich trink meinen Trank. Soviel zu dem Thema. Ich laufe ein wenig. Ich hole das und dann gucke ich mal nach Victor. Alter, hab ich viele Schilde. Zwei, vier, sechs, acht. Könnt sich immer jemanden ein bisschen schalten. Weg, mach, mach, mach. Hm, mach. Ich glaub schon selber. Stimmt, guck. Ich hab richtig viele Schilde. Du kannst ganz oft schubsen und so, gell? Ja, im Bosskampf halte ich einfach nur noch. Rechte Maus hast du gedrückt, alles andere macht hier. Nur noch, ob, ähm, hier auf die Dings anachten. Auf die Angriffe von oben, ja. Genau. Soll ich warten, dass das hier noch hat, dann erschieße ich Victor. Okay, der Assassiner ist... ...Kopf gegen die Wand gesprungen. Mit dem Kopf gegen die Wand. Mit anderen Worten tot. Jaja, kam noch ne Puglarsch runter. Okay, ich guck jetzt mal nach Victor. Holy fuck, ist der weit weg? Guck mal, wo der ist. Der war einfach auf dem anderen Berg hier hinten. Guck mal. Da war der ungefähr. Cool. Okay, der ist für dich. Der ist sinnvoller für dich. Braucht ihr Zwerg überhaupt Munition? Ich weiß nicht. Ah, ich glaub, wegen deiner Heilung bin ich die ganze Zeit irgendwie voll. Nein, ich hab keinen Plan. Ich bin aber auch die ganze Zeit voll. Müsste mich mal schlagen lassen. Also ich heim mich immer wieder direkt. Okay, jetzt hab ich, ähm, weißes Leben ein bisschen. Ja, das krieg ich ja eh wieder die ganze Zeit. Ja, ich krieg, ähm, nach und nach hier. Durch die Regeneration. Ich bekomm ja sogar noch mehr Leben von der Regeneration. Oh, ich bin fast. Ich bin schon fast tot, ja. Ja, weil direkt vor mir grad so ein Ding stand. Ich geh schnell hoch. Am Anfang war es lustig, da ist diese Treppe ja manchmal nicht da gewesen bei manchen Spielern. Bei mir ist ein Assassiner. Hilfe, danke. Ja, okay. Ja, das war auch zu sehen. So, ich hab mich mal kurz hier. Ich bin auch jetzt bei euch. Leider war ich ein bisschen zu langsam. Warum muss ich immer beim Gas sein? Ich hab grad, glaub ich, Gasbrecher gezündet. Ja, hast du auch. Wahre Freundschaft, nicht wahr? Ja, kenn ich ja schon von dir. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Also die Feinde ist das kleinere Problem. Ich würd gern die Gasflüten hier wegholen, aber... Ne, random Waffenwechsel ist sehr, sehr schrecklich immer. Wollte ich ja auch nicht machen, ich wollte mich hier nur ein bisschen zurückziehen. Nö, das ist grad mein Gedanke gewesen. Weil ich krieg da eigentlich nur Rotz raus. Hier ist nochmal ein Segen. Das klingt schon mal besser. Genau da. Bei mir kommt jetzt garantiert ein Assassiner hier oder so. Ich bleib in der Nähe von dir, weil ich würd schon gern Victor helfen, aber... Abkühlzeit des Fertigkeitsbalkons. Das ist sehr gut. Ich glaub, die sind hier so rübergesprungen, gell? Tatsächlich, das geht. Nice. Wusste ich gar nicht, dass das überhaupt geht. Das ist unfair. Das ist immer unfair. Ja, 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 ja. Ja, ich hab hier Movements. Movements, ja. Nee, Movements, Speed. Zwei, vier, sechs. Siebeneinhalb Schilder hab ich bei dir. Ich hab nur... ...fünfeinhalb, ja. Ja, aber auch zum Schwert auch noch. Ja, ja. Wie viel ich hier wohl bei einem Schild hätte? Ohne Slava, hab ich gehört. Aua, 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 aua. Auch wenn die Schwerter und so 700 Kraftlevel haben, wir kommen mit beiden Wappen auf 700 ja auch nur an die Kampagne, glaub ich, ran mit 350 oder 300. Ich laufe einfach hoch. Ich bin fest. Oh, der Zweck hat auch noch ein bisschen Spaß. Ja, noch einmal müsste ich... ...oder nochmal heilen, dann wär ich schon wieder voll. Nice. Und jetzt kommt ein Schrein und dann das letzte Level. Da bin ich mal gespannt drauf. Wie sehr er uns das Level ärgern möchte. Oh. Schnellere Angriffe, das ist sehr gut für mich. Ja, Angriffsgeschwindigkeit ist auch so mein Haupt, Marco, mit den anderen... ...mit den anderen Karrieren. Sienna ist schrecklich mit dem Flammenschwert. Ja, das stimmt. Wow, Macroba. Gefühlt kann ich da einen Kaffee trinken, während man schwingt. Von einem Schlag zum anderen. Ja gut, du bist halt Krillen gewohnt. Ja, ist auch wieder wahr. Wieder keine Blitze. Bis zu 20% Angriffsgeschwindigkeit. Ja. Ich bin komplett leer. Ich hab 50% mehr Gesundheit bekommen. Oh no. Der hat gar nicht mehr. Oh man. Baden. Der hat uns jetzt ein Monster geholt. Im letzten Level, wo wir doch schon... ...in Monster kämpfen. ...kauf da uns einfach nur so ein Monster. Okay, ich... ...mit kritischen Treffern könnte ich richtig, ähm, absahnen. Naja, es hört ja jede Heilung und so, von daher passt das ja schon. Ja. Oh man. Wehe, das ist jetzt auch noch so eins, was, ähm, unsterblich ist. Also dieses Invincible und so hat. Muss sich doch lohnen. Rechts oder links? Was ist das? Oh, okay. Naja, ich... ...ich laufe wenig hin und her. Ich kann mich hier dran gar nicht mehr erinnern. Schon lang her. Expeition des Mutters kannst du dich erinnern. Das war Level 2? Naja. Das war diese... Achtung auf die Toten, gell? Ja. Ist das hier eins oder drei? Das ist jetzt, ähm, eins. Ah, okay. Dann ist es wirklich schon sehr lange her. Weil... Ja, ich hab die... ...ersten, zweiten und dritten Momente doch nur einmal mit Krieger spielt. Ich spiel doch immer noch die Citadenne, weil da gibt's doch... ...gutten Krieger und so. Nein, eins und drei haben wir nur. Einmal gespielt. Alter, wie viele von uns da sind das? Illusionist. Das sind generell mehr. Oh, verdammt, ich hab mir nicht ausversehen in meinem Spiegel. Kurz. Windows-Tasse getrückt. Ich glaub, ich bin tot. Ich häng fest. Ist das Monster kaputt? Nee. Also eins, ich weiß nicht, ich hab den Überblick verloren. Stopp. Es lebt noch immer. Komplett verwirrt. Dankeschlafen. Ich hole nicht schnell. Nee, grausend nicht. Do something about it. Das Problem ist, diese dicken machen auch viel Schaden. Ja. Aber die gehen meistens mittlerweile am Schnelldown. Gehen mal hier ein bisschen höher, oder? Bitte? Der regeneriert sogar noch. Tatsächlich. Boah, hinter Victor ist einer gespawnt. Mega. Ja, ja, ein Loch. Das ist gar nichts Problem, was ich hab. Nein, lass mich hier raus. Wir müssen Flaggen schnell töten. Oder einen töten. Drei Stück sind bei mir. Lauf einfach weiter. Aber ich hab die gerade nur bekommen. Du brauchst nicht extra zu mir zu kommen. Ich seh, vorbei. Aber mit mir noch nicht. Nein, ich meinte bei mir. Ich kann wenig dauern, aber wenn ich der Zwerg hole, das ist ganz gut. Ist das jetzt eigentlich der Boss oder das Monster vom Zwerg, der gerade direkt ist? Ich hoffe, der Boss. Ich wollte schnell rodern, schnell. So viel dazu. Du kannst auch gerne erst Victor holen. Damit hab ich absolut gar kein Problem. Ich würd gern egal werden holen. Ich lauf durch. Ich bin schon wieder ein bisschen am Zittern. Ich hab so viel Leben. Das ist krank. Du siehst, der hat mich gerade voll getroffen. Du malst dich das einem voll viel ab, aber... Jetzt gerade war es zu wenig. Oh! Ich hab gerade am Ende wieder ein bisschen gezittert. Oh Gott. Der Zwerg so neeein. Was denn? Nein. Der hat doch immer noch... I have to... Touche. Ich hab drei Kästen bekommen. Ja, ja, das ist normal bei Chaos Wastes. Wenn wir mal gewinnen. Ja, genau. Die dritte Kiste gibt's ja noch mit den ganzen Levelbalken hier am Ende. Oh Gott, mein Herz. 10.004 Schaden. Ah, genau. Was ich doch noch sagen wollte. Ich blende oben wieder mal die Chaos Wastes Playlist ein. Und auch die wöchentliche Event Playlist. Könnt ihr auch gern vorbeischauen, wenn es euch interessiert. Und auch auf Simons Video. Das werde ich dann in der Videobeschreibung verlinken, sobald ich den Link bekomme. Aha. Und sonst wünsche ich euch allen einen schönen weiteren Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.